Good morning in the morning. So, ich stehe jetzt hier, habe ein paar Minuten Zeit und wollte ja hier bei Android Auto mal das nächste ausprobieren. Letztes Mal habe ich ja ausprobiert Podcast hören, weil ich ja ein richtiger Podcast-Hörer bin und habe ja auch ganz viele Tipps gekriegt in den Kommentaren, sehr lieb, danke. Und es gab aber auch so ein paar Tipps, die wollten mich auf eine falsche Fährte führen, glaube ich. Und zwar, ja, es geht auch Wireless, aber bei mir ja leider nicht. Wireless geht, glaube ich, mal grundsätzlich bei den iPhones, ich weiß es nicht so genau, aber ich habe ja eh ein Android und da geht Wireless auch, aber erst ab einer bestimmten Version, soweit ich weiß. Ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber ich habe eine Samsung S7 und das hat damals aufgehört bei 6, 7 Nutella oder ich weiß gar nicht mal, wie das damals hieß, bei irgendeiner Android hat es aufgehört zu aktualisieren und bin immer noch glücklich mit meinem Handy. Es funktioniert bestens und ja, solange das läuft, werde ich das jetzt auch erstmal nicht ersetzen und schon gleich gar nicht, um das mit dem Auto besser zu koppeln. Das wäre dann wirklich nur ein Nebeneffekt. Was ich aber gelesen habe, es gibt ein Dongle, damit kann man jedes Android-Telefon Wireless für Android Auto machen. Der Dongle wird dann irgendwo beim Auto angeklemmt, ich denke da auch da unten links, wo immer dieses ODBC-Dongle angeklemmt wird, dann verbindet das Handy sich eigentlich nur mit dem, mit Bluetooth wahrscheinlich und verbindet sich dann mit dem Auto. Das ist so ein Projekt, das war so ein Crowd, wo also so ein Start-Up-Unternehmen Geld gesammelt hat, Crowdfunding genauso hieß es, Crowdfunding und das wird jetzt wohl auch ausgeliefert. Kann man sich ja mal angucken, müsst aber googeln, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, dann hatte ich letztes Mal noch beim Podcast hören die Erfahrung gemacht, dass wenn man mal kurz aussteigt und einsteigt, eine Erledigung macht, 10 Minuten, wo man das Handy auch mitnimmt, das da wieder anzustöpseln und sowas, das macht mir keinen Spaß. Also das werde ich in Zukunft einfach so handeln, dass ich nur auf längeren Fahrten, wo ich, sage ich mal, allein unterwegs bin, das mit Android Auto koppel, weil es dann doch schöner ist, wenn man mehr wie eine Episode hört, wie einen Podcast, dass man sich das dann aussuchen kann und anklicken kann. Aber wenn man einfach nur eine Viertelstunde fährt oder so, dann lohnt es sich nicht, da höre ich es einfach mit Bluetooth und fertig. So, aber für lange Strecken höre ich nicht nur Podcasts, sondern auch Hörbücher. Ja, in letzter Zeit ein paar weniger, weil ich so viele Podcasts habe. Meine Hörbücher höre ich mit Audible. Audible ist ein Dienst von Amazon. Da zahle ich, ich glaube, 10 Euro im Monat und kann man dann monatlich ein Hörbuch auch aussuchen. Und ja, der Trick ist natürlich, dass man sich Hörbücher aussucht, die über 10 Euro kostet. Dann macht man hier, dann spart man ein bisschen was. Das hat am Anfang gut geklappt, dann hat man alle, die es einem interessiert und dann sammelt sich Guthaben an. Und jetzt hier kommt ein guter Trick, der hat nichts mit dem Auto zu tun. Du kannst dein Audible-Abo auch pausieren. Wenn dich Interesse hast, schick mir einfach ein Mail oder so, dann schicke ich dir den Link. Da kann man sagen, okay, die nächsten drei Monate will ich pausieren. In der Zeit kannst du natürlich alles hören, was du auf dem Handy hast, aber du kannst da zum Rabatt nichts Neues kaufen. Und wenn du das dreimal im Jahr machst oder viermal oder so, ich weiß gar nicht, wie oft das überhaupt dann geht, muss vielleicht immer einen Monat laufen, bis man pausiert, ja, dann hast du im Monat halt nur 30 oder 40 Euro oder sowas Gebühr und kannst da halt auch nur drei oder vier raussuchen, aber halt keine zwölf. Zwölf sind schon viel auf Dauer, da muss man schon Eisner da höher sein. Ah ja, genau. So, und Audible ist ja praktischerweise auch auf Android Auto. Also es ist ja, aber ich muss, ich habe noch gar nicht auf dem Handy geguckt, was für Apps da überhaupt zugelassen sind und welche man noch nehmen kann. Ich habe jetzt einfach mal so, wie es ist, hier das Android Auto im ID.3 ausprobiert und Audible sehe ich jetzt halt auch und deswegen gehe ich jetzt mal auf Audible. Ich habe auch ein einziges Hörbuch drauf. Ich habe da nicht zu viele Lokale auf dem Handy, weil ihr wisst, altes Handy, wenig Speicher, kann da nicht einfach zehn Stück draufladen, dann wird der Speicher voll. Ich habe da genau eins und dann schalte ich jetzt mal um. Ja, so schaut es aus, mein schönes Android Auto. Es ist mit den Farben, kannst du jetzt ein bisschen schlechter sehen. Das ist Maps, das ist Podcast, das hatten wir gestern und ich glaube, er sortiert die auch immer um. Also ich glaube, das, was er denkt, was man am meisten braucht, sortiert er nach oben. Sicher bin ich mir nicht. Ich müsste das alte Video gucken, wo der Podcast war. Könnte er aber sein, würde er Sinn machen. Google denkt ja da gerne mal mit. So, hier ist auch Audible und ich kann mir hier einen Titel und auch einen Podcast aussuchen. Ja, bei Amazon gibt es auch kostenflüssige Podcasts oder auch nicht kostenflüssige oder wahrscheinlich beides. Und die würde man dann hier finden, findet man aber nicht. Dann gibt es hier Titel. Der Name der Rose. Eins meiner Lieblingshörbücher und eins meiner Lieblingsfilme. Aber immer nur die Version mit dem Connery. Finde ich wirklich toll, den Film gucke ich mindestens zweimal im Jahr. Habe das Buch schon durch und höre auch immer wieder gerne das Hörbuch. Finde ich einfach, einfach klasse. Also es ist ein gelungenes Werk. Also nur als Tipp, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr hören wollt, der Name der Rose. Aber ihr müsst vielleicht ein bisschen so ticken wie ich, ist natürlich nicht für jeden was. Den Knopf kenne ich gar nicht. Und gut, der geht direkt ins... Ja, gut, er ruft es auf. Ich hätte jetzt gedacht, man ruft es anders auf. Ich habe gedacht, man ruft es hier auf. Ja, geht auch. Und der fängt auch gleich an zu spielen. Und warte mal, ich gucke mal schnell wegen lauter machen. Geht jetzt hier gar nicht. Doch. Also funktioniert, funktioniert auch. Ich denke, es wird alles gleich funktionieren. Ich mache es nochmal an und probiere mal hier die Tasten. Ja, funktioniert auch. Ich glaube, die laufen gerade im Labyrinth rum. Ich weiß gar nicht. So, hier kann ich... 029... Ah, da hüpft er zurück. Ein ganzes Kapitel oder 5 Minuten oder so irgendwas. Und hier steht es Kapitel 35, 357. 36, 29. Ja, keine Ahnung. Es ist also nicht eine Kapitelsprungmarke. Es ist auch nicht eine... Scheinbar nicht eine feste Zeit oder sowas. Vielleicht Stückchen zurück, Stückchen vor, was immer auch Stückchen ist. Dann haben wir das hier. Ah, hier kann man direkt zu den Kapiteln. Aber es ist kein Haken dran. Man weiß eh nicht, wo man ist. Bringt mir nichts. Und hier Zusatzfunktionen. Ah ja, hier kann man wirklich zum Kapitel vor- oder zurückspringen. Ich bin jetzt hier bei Kapitel 36. Drücke die Taste. Ja, bin immer noch bei Kapitel 36. Doch eben, 35, 0, 0. Also hier kann man wohl Kapitel vor und zurück. Ja, funktioniert. 36, 0, 0. Also am Anfang muss man mal zweimal drücken, weil man da wohl innerhalb eines Kapitel ist. Dann springt es vielleicht zurück an Anfang des Kapitels, dann jetzt aufs Vorige. Und da kann man es, glaube ich, als Favorit, weiß ich nicht, Favorit oder sowas oder irgendein Marker wird man wohl setzen können. Ja, das scheint es hier auch schon gewesen zu sein bei Android Auto. So, das scheint es auch schon gewesen zu sein hier bei Android Auto Audible. Ja gut, mehr braucht man auch nicht. Wenn man es auf dem Handy macht, kann man natürlich noch mehr. Man kann da auch, ja in seine Bibliothek, aber das kann man hier bestimmt auch, wenn man mehr auf dem Gerät hat, also runtergeladen hat, werden die da im Auto bestimmt auch angezeigt. Und mit dem Handy kann man natürlich auch neues Material kaufen. Also man kann da im Shop stöbern und sich da ein neues Hörbuch aussuchen. Das anklicken, wird dann runtergeladen. Man kann runtergeladen auch wieder löschen. Die sind dann vom Gerät gelöscht, aber man hat die noch trotzdem in der eigenen Bibliothek bei Amazon. Da sammelt sich natürlich ein bisschen was an. Und das geht jetzt hier nicht. Das muss man dann mit dem Handy machen, mit dem Handy vorbereiten. Aber ja, macht ja auch Sinn. Das wäre, wird keinen Sinn machen, das da unbedingt am Display nachzumachen. Das ist im Handy, funktioniert das eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Sehr effizient, sehr benutzerfreundlich. A la hopp, wie ist mein Fazit? Ja, bin ein bisschen zweigeteilt. Weil wenn ich hier so ein Hörbuch anhörte, weiß ich, jetzt bin ich auch ein bisschen länger auf Strecke. Und ja, man muss nichts machen eigentlich. Normalerweise drückt man da auf Start und dann hört man halt das Hörbuch eine Stunde oder zwei, solange man halt fährt. Und dann macht man wieder Stopp. Ob man das jetzt über Android Auto machen muss? Also vom Ton her ist es ja theoretisch kein Unterschied, ob ich es mit Bluetooth mache oder über das Kabel hier mit Android Auto. Und auch die Bedienung tritt ja auch in den Hintergrund, weil die zwei Stunden läuft es ja einfach. Da ist ja nichts zu bedienen. Bei Podcast sehe ich es vielleicht ein bisschen anders, dass man sagt, okay, jetzt will ich mal den reinhören oder der ist doof, den will ich überspringen oder so. Da kann es schon sinnvoll sein, wenn man nicht das Handy rausholen möchte und es direkt am Autobildschirm klicken will. Aber beim Podcast, ja, da überlegt man sich ja was. Die lässt man ja eigentlich ein bisschen auch laufen. Die hört man ja typischerweise durch. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Haben wir schon das zweite App von Android Auto. Ja, ich lasse mir da ein bisschen Zeit. Aber ich will es ja auch selbst verstehen. Es ist ja auch, muss ja auch gucken, was es kann. Gut, dann wünsche ich euch schöne Ostern noch und bis morgen. Ciao, ciao.